Der letzte Punkt ist der Preis selber, genauer gesagt das Preisniveau. Auf welchem Preisniveau bewege ich mich? Und hier kann tatsächlich, wenn das Preisniveau hoch ist, das Produkt aber begehrt, kann eine Preissenkung zu einer stark elastischen Reaktion führen. Und vielmann hat es gemacht, wir haben schon darüber gesprochen. Als ich damals mit meinen Brüdern zusammen, wir brauchten als Kinder alle eine Brille. Und ich kann mich noch erinnern, dass der Optiker mit grinsendem Gesicht erstmal die Kassengestelle dorthin gelegt hat. Das konntest du deinem Kind nicht antun, diese Kassengestelle. Also musstest du ein schickes Gestell kaufen. Plus die Gläser. Und da war man mehrere hundert Euro los pro Brille. Für so ein bisschen Draht mit so ein bisschen Glas dazwischen. Na, wenn man mal polemisch ist. Und das hat der Vielmann erkannt. Was viele eine Brille wollten, beziehungsweise brauchten, medizinisch noch indiziert, was dem Ganzen noch eine besondere Dringlichkeit auch bringt. Also hier kommt der Dringlichkeit Aspekt noch dazu. Das Kind verdirbt sich die Augen oder die Augen werden schlechter, wenn man jetzt nicht die Brille nutzt und so weiter. Also Dringlichkeit Aspekt kommt hinzu. Das heißt also, wenn man jetzt den Preis deutlich senkt, wird man eine elastische Mengenreaktion erzeugen können. Ähnlich Neckermann. Damals. Neckermann macht es möglich. Das war nicht nur so ein blöder Slogan, sondern das hatte wirklich einen Hintergrund. Neckermann hat vielen Menschen damals Reisen in Länder ermöglicht, die sich vorher hätten niemals leisten können. Die Preissenkung hat zu einer stark elastischen Reaktion auf der Mengenseite geführt. Ganz eindeutig. Neckermann macht es möglich. Heute versteht den Slogan keiner mehr. Aber damals war das wirklich so. Der hat nicht zwei Plätze gestartet in der Maschine. Der hat die ganze Maschine gestartet, weil er wusste, wenn er jetzt die Karibikreise für, sagen wir mal, 2800 Mark anbietet und nicht für 28.000 Mark, wie es vorher war, kriegt er die Maschine voll. Also Preissenkung, aber dramatischer Mengenzuwachs. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.